Oh mein Gott, eine Libelle. Die war fett. Hi Leute, ich bin's Dilan. Wir chillen hier grad in Bentheim an der Schülkampfhalle. Normalerweise sind wir immer hier fürs Training. Okay, hi Dilan. Hi Leute, ich bin's Dilan. Wir chillen hier grad. Ja! Mein viertes Mal. Ich bin's Dilan. Wir chillen hier grad in Bentheim an der Schülkampfhalle. Normalerweise sind wir immer hier, um zu trainieren. Aber heute veranstalten wir einen Contest in Kooperation mit NTB, SVB und Inspired by Dance. Und ja, Stage Vibes. So Leute, mein erster Gast heute. Hi. Hi. Na, wie geht's? Hi. Alles gut und bei dir? Ja, auch alles gut. Schön. Läuft, würde ich sagen. Läuft, ne? Schön, dass du da bist. Ja. Und berichtest. Ja. Ja, wie war's denn bis jetzt? Also ich war ja nicht von Anfang an da. Ja, bis jetzt haben wir richtig gute Rückmeldungen bekommen. Also die finden, die Eltern finden das super, dass wir sowas für die Kinder einfach auch machen. Dass die kleinen Kinder sich vor allem auch mal messen können mit anderen. Ja. Weil die kennen das ja nur so, dass die Auftritte haben. Und jetzt können die mal gegen andere Gruppen einfach antreten, ne? Ja. Und die Stimmung ist auch? Die Stimmung ist auch Bombe. Ja. Ja. Hast du hier Gruppen, die dann tanzen? Ne, ich selber hab keine Gruppen, die hier tanzen. Okay. Jules hat jede Menge Gruppen vom SV hier. Ja. Und Celine hat Gruppen hier. Celine hat sogar ihre Ballettgruppe auftreten lassen. Echt? Ja. Die waren auch richtig süß. Ja. Und von Yvonne und Jana und Elisa hatten die Mini-Dancers auch noch einen Auftritt, weil die ganz Kleinen sind halt außer Wertung raus, ne? Ah, okay. Das ist ein bisschen zu krass. Aber die dürfen dann halt auftreten, ne? Ja, das ist auch toll. Genau. Dann können die sich schon mal dran gewöhnen, so. Ja. Wir organisieren einfach alles, ne? Sehr geil. Jules, Celine, Jana, die leider heute nicht da ist. Ja. Die muss eine Ausbildung machen, fertig machen. Ja. Ja, genau. Und viele, viele kleine Helfer. Viele, viele, viele kleine große Helfer. Ja. Ja. Wie heißt das TV nochmal? Ach stimmt, da kommt die Klospülung immer, ne? Oh. Oh, Interview, okay. Okay. Hi Leute. Hallo. In welcher Gruppe tanzt ihr? Feature-Crew. Und wie viele seid ihr in der Gruppe ungefähr? 15, 16. Und wie alt seid ihr ungefähr? So von 10 bis 13. Ja. So ungefähr. Ihr habt schon getanzt oder? Ja. Ja, wir haben schon getanzt. Wie fandet ihr das so? Gut. Gut. Wir waren aufgeregt. Ihr wart aufgeregt? Ja. Habt ihr irgendwie Patzer gehabt? Äh. Ist alles gut gelaufen? Ja. Seid ihr zufrieden? Ja. Habt ihr ein gutes Gefühl? Ja. Wart ihr schon oft auf einem Wettbewerb? Ja. Echt? Ja. Und wie ist es immer so ausgegangen? Also eigentlich gut. Ja? Ja, sehr gut. Ja, dann kann es ja nicht schief gehen heute, ne? Mal sehen. Okay. Alles klar.